Moin Toddi und dein Wochenende, wie war das? Nicht so schön. Nee, ehrlich gesagt 0-2 bei den Franken. Schrecklich. Das war unglaublich. Also das hätte echt so eine schöne Rückrunde werden können mit drei Siegen, aber jetzt zwei Siege an der Niederlage schlechter wie die Hinrunde. Ja, man muss ehrlich sagen, davor die Siege waren nicht berauschend. Wir haben da auf der Mitgliederversammlung einen Film gesehen vom HSV. Da ging es um Leidenschaft und Emotionen und da war die Bundesliga-Turbel nicht auf dem Video zu sehen. Man weiß jetzt auch warum, Toddi. Wie soll es weitergehen? Also ehrlich gesagt muss man das Orakel mal fragen. Keine Ahnung. Ja, das gibt es nicht mehr, aber wir hoffen mal ganz stark, dass wir jetzt gegen Pauli im Derby am Sonntag, Toddi, dass wir da unbedingt unseren Sieg einfahren. Ja, wir müssen da mal ein bisschen Leidenschaft zeigen, Hand auf die Raute und dann abgehen. Ja, oder genau. Aber ehrlich gesagt, wir stehen jetzt trotzdem im Derby hinter unserer Mannschaft und da hoffen wir auf den Sieg. Und der kann schmutzig und dreckig sein.